So, liebe Kinder, herzlich willkommen zum Sportfest für ABC-Schützen hier in der Kesterhalle. Seid ihr schon alle aufgeregt? Ja! Ich auch. Das hört sich aber ganz gut an. Wie gesagt, mein Name ist Peter Bösenberg. Ich komme von der AOK. Das ist zwar eine Fachkasse, aber wir setzen sich dafür ein, dass die Kinder gesund bleiben. Wir machen dafür auch ganz viel, zum Beispiel den AOK im Kinderlauf, im Rahmen des Nachtlaufes. Oder wir haben den Nikolauslauf jetzt noch, der wirklich geführt wird, wo ich noch mitmachen kann. Und ich sehe schon, das ist ein Titel, sportengagierte Schulen, die war Widerschule. Widerschule haben wir noch hier? Wieserberg. Wieserberg. Also es ist die geheiltete Kante, Schulen, Verbrennungswerden und Initiativen als wirklich engagierte Schulen. Ja, wie gesagt, heute wird ein Sportfest. Und so ein Sportfest wird natürlich unterstützt, ich fördere, aber auch besorgen. Ja, das benennen wir einmal die Sparkasse, Mecklenburg-Sparin, dann die AOK, die ich vertrete. Dann haben wir den Schlachtkonale Gange, die ist bitte am Essen gesponsort. Dann sind wir in der Sv. Post-Sparin, die erste Mannschaft und die zweite Mannschaft. Und der erste Mannschaft haben wir für die Spielhälte. Also richtige Handballsteller, wollen wir die mal begrüßen? Ganz kurz, ein kleiner Applaus. Das ist ja. Sehr schön. Aber wie gesagt, ich denke, es wird heute ganz wunderbar für euch. Wir haben ja Stationen aufgebaut, wir sind neu 80 Stationen hier aufgebaut. Und wie gesagt, ihr könnt euch den einen oder anderen Tipp auch mal geben lassen, durch ein Schüler, der ersten Mannschaft ist, braucht das Springen, habt ihr Tipps geben lassen, ein paar Tricks. Und ich denke, der Handballverein sucht immer Nachwuchs. Und für den einen oder anderen, der Interesse hat, Handball zu spielen, besteht auch die Möglichkeit, bestimmt sich verkundigen, wann die Trainingszeit ist, sodass ihr, wenn ihr Lust habt, hier auch gerne mitnehmen könnt. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß, weil ihr heute mit Anstattdruck seid für den Sportaktiv, auch mit euren Eltern. Wie auch ansonsten, übergeben wir das Wort jetzt an Herrn Echsler, den Geräter und Ölfünftel. Schönen guten Tag, liebe Kinder. Wir können jetzt zusammen hier in Werbung machen, ja? Wir verteilen heute hier alle auf unsere Freie Spreche. Und das hier ungefähr so ein, zwei Meter Platz um die Uhr haben. Sitzel. Ja, ein, zwei Meter Meter, die progasen sinoいう, die, fünf Meter Meter zusammen zu spielen. Die, fünf Meter, die hier, die wir tun, sagen, ärgern. Erstens,stück So, wir werden ein bisschen langsamer, jetzt nehmen wir die Arme bei hoch, laufen weiter, immer laufen weiter. So, wir werden ein bisschen langsamer, jetzt nehmen wir die Arme, jetzt nehmen wir die Arme, jetzt nehmen wir die Arme, jetzt nehmen wir die Arme. So, wir werden ein bisschen langsamer, jetzt nehmen wir die Arme, jetzt nehmen wir die Arme, jetzt nehmen wir die Arme. So, wir werden ein bisschen langsamer, jetzt nehmen wir die Arme, jetzt nehmen wir die Arme. So, wir werden Das war's für heute. Es ist okay, du stößt auf dich. Du hast den Schuss. Liga! 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 Sie sind her! Warum schon? Sie sind's ... Berlinah, Berlinah, Berlinah! Ich, ja, ich, ja, ich, ja, ich, ja, ich, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.